Peace, Freunde der gepflegten Investitionen. Heute natürlich wieder mit einem neuen Krypto-Video. Wir haben ein paar Themen heute auf dem Schirm. Natürlich auch die Binance-Geschichte. Der Chef ist zurückgetreten, also ist erstmal, ja, liest sich erstmal sehr, sehr krass. Werde ich aber am Schluss auch nochmal drauf eingehen. Zum anderen hatten mich sehr, sehr viele auch zu Ethereum nochmal gefragt. Was war das jetzt genau mit dem Hardfork, der letzte Woche abgeschlossen wurde? Hat das alles erfolgreich funktioniert? Gab es da irgendwelche Probleme? Wie läuft das in Zukunft? Beziehungsweise was hat sich verändert? Das werden wir uns heute anschauen. Für alle, die noch am Start sind, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da. Unbedingt auch einen Daumen nach oben. Penetriert den Algorithmus und checkt auch immer das erste angepinnte Kommentar ab. Dort findet ihr immer nochmal meinen Instagram. Könnt ihr sehr, sehr gerne vorbeischauen. Ich würde sagen, wir fangen aber direkt an mit dem London Hardfork. Also man kann zumindest sagen, es ist das größte Ethereum-Update der Geschichte eigentlich oder der letzten Jahre zumindest. Und es ist ohne Störungen ins Mainnet integriert worden. Was natürlich für uns schon mal beruhigend ist. Ich hatte es ein paar Mal auch angesprochen, dieses Ethereum Improvement Proposal. Das ist eben dieses IPE1559, das ich jetzt öfter auch mal angesprochen hatte. Die sagen hier auch nochmal, es gilt als größtes und einflussreichstes Update der Blockchain der letzten Jahre. Und das soll in erster Linie, weil eben jetzt viele nochmal gefragt haben, was ist jetzt der Vorteil für uns? Also es wird deutlich günstiger und es wird um einiges schneller. Werden sich viele vielleicht fragen, und wie funktioniert das Ganze? Also wie ist das machbar plötzlich? Also die haben das jetzt so gemacht, dass sie die Transaktionsgebühren komplett neu strukturiert haben. Und dadurch ist das quasi so, dass anstatt, dass an die Miner gezahlt wird, wird ein Teil der Transaktionsgebühren zu den sogenannten Base Fees in der Transaktion direkt verbrannt. Also das heißt, die werden auch wirklich vernichtet. Das ist einfach nochmal so ein Bestandteil von diesem ganzen Gebührensystem, beziehungsweise von dieser Umstrukturierung. Was natürlich dann auch zur Folge hat, dass Ethereum aktuell pro Minute 13.000 Dollar verbrennt durch diese Änderung, gerade bei den Transaktionen etc. Also sehr, sehr spannend, sehr, sehr krass. Und das war eben auch das, wo ich schon mal vor ein paar Wochen angesprochen hatte, dass Ethereum immer knapper wird. Gerade durch diesen IPE 1559 ist halt das Ganze jetzt implementiert worden. Aber das läuft alles super, hat alles geklappt, ist aber auch noch nicht die Umstellung auf Ethereum 2.0. Die wird voraussichtlich nächstes Jahr, also im Laufe 2022 kommen. Dann reden wir nochmal von was richtig Bahnbrechendem. Ich meine, das war jetzt schon wirklich ein sehr großer Fortschritt. Ich meine, ihr habt es auch direkt am Preis gesehen. Das war auch mal wieder schön ins Portfolio zu schauen, nachdem die Tage, ja, die Preise einfach so wieder hochgegangen sind. Ich hoffe, dass wir da mit gutem Zug so die nächsten Wochen weitermachen werden. Und dass wir dann alle relativ gut am Peak einiges in, ja, Stablecoins changen können, um dann im Bärenmarkt wieder günstig einzusteigen. Das ist natürlich der Top Case. Des Weiteren hat sich Vitalik Buterin natürlich auch zum London Upgrade geäußert. Er sieht das auch als vollen Erfolg. Gut, er ist jetzt der Chef. Deswegen, wie kann man das dann nehmen? Ich meine, als Chef würde ich jetzt auch nicht mich auf die Bühne stellen und sagen, ja, lief kacke. Deswegen, ja, aber ich meine, die Zahlen lügen nicht. Deswegen, das gibt mir da schon so ein bisschen die Sicherheit, dass das alles gepasst hat. Er hat hier auch nochmal Folgendes gesagt. So kann eine Transaktion viel leichter noch in den nächsten Block aufgenommen werden. Und das ist sehr wichtig für die Benutzerfreundlichkeit. Da hat er auf jeden Fall recht. Ist halt einfach ein großes Ding. Wurde jetzt aber, so wie es aussieht, ohne Probleme umgestellt. Bisher läuft es auf jeden Fall noch ohne Probleme. Müssen wir natürlich jetzt auch mal die nächsten Wochen abwarten, ob das alles funktioniert, wenn das auch belastet wird und so weiter. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Das einfach nochmal kurz für die Leute, die gefragt hatten, was ändert sich da jetzt grob oder was ist denn da jetzt genau passiert. Zum anderen dann natürlich noch die Sache mit Binance. Binance, beziehungsweise, ja, die generelle Krypto-Community ist extrem schockiert. Gerade auch wegen dem Rücktritt des Chefs. Und ja, das hat jetzt die letzten Tage auch für mega Aufsehen erregt. Deswegen dachte ich, ich bringe es hier auch nochmal am Schluss mit rein. Und zwar, als Grund für seinen plötzlichen Rücktritt gibt der CEO Meinungsverschiedenheiten über die strategische Ausrichtung an. Brooks war erst am 1. Mai dieses Jahres Nachfolger von Catherine Coley beim amerikanischen Ableger der marktführenden Kryptobörse Binance geworden. Beziehungsweise Changpeng Zhao, der Geschäftsführer der Hauptplattform Binance, die jedoch unabhängig von ihrer amerikanischen Tochter ist, betont, dass der Rücktritt von Brooks keine negativen Auswirkungen auf die Kunden von Binance haben wird. Da sagt er dann auch nochmal folgendes dazu. Ich bin weiterhin zuversichtlich, was das Geschäft der Binance US, ihren Willen zur Innovation und ihre Verpflichtungen gegenüber den Kunden angeht. Als eine der größten Kryptobörsen in den USA ist die Binance US in bester Position, um weiter zu wachsen und die Zukunft der Finanzdienstleistungen zu sein. Ja, die Krypto-Community hat jetzt natürlich auch viel spekuliert. Da ging es in erster Linie darum, dass die Leute vermuten, dass er irgendwelche Insider-Informationen hat, dass er da doch mehr weiß wie einige andere. Dass da vielleicht doch einiges einfach nicht stimmt. Dass da regulatorische Sachen nicht eingehalten wurden. Und ja, dass da vielleicht doch die Hütte mehr am Brennen ist, wie wir alle denken. Ich habe das ja schon vor ein paar Monaten immer mal wieder euch gesagt, schaut so nach und nach mal ein bisschen weg von Börsen zu gehen. Oder ich sage das eigentlich schon von Beginn an, bitte das Geld nicht auf Börsen lagern, sondern ich meine zum Kaufen oder so ist sowas eigentlich ganz in Ordnung. Aber gerade die höheren Beträge würde ich halt nicht auf so einer Plattform liegen lassen. Das nochmal als Appell. Ich will da jetzt auch keinem mega Angst machen. Normalerweise sollte nichts passieren, aber wenn so eine Meldung kommt, will ich sie natürlich jedem auch mitteilen, damit jeder dann für sich einfach entscheiden kann, was er macht. Aber es gibt ja mittlerweile einfach sehr, sehr viele Wallets, in denen man das Ganze halt problemfrei halten kann. Ja, ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen. Ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, ich kann dadurch einfach viel, viel ruhiger schlafen. Und mir geht es dadurch auf jeden Fall einfach besser, wenn ich weiß, meine Kryptos sind einfach sicher. Das aber auch schon für heute. Ich hoffe, ihr nehmt dann mehr Wert mit. Hinten raus natürlich nochmal Werbung. Eigener Sache. Ihr könnt sehr, sehr gerne auf den Krypto-Discord dazustoßen. Ja, euch mit anderen austauschen. So, jetzt gehen die Kurse auch wieder hoch. Heißt, der Chat wird auch wieder aktiver. Viele waren immer kurz im Winterschlaf, aber ist ja völlig normal bei den Kursen. Gerade auch, wenn man neu dabei ist und dann erstmal so einen, ja, ich sage jetzt mal so einen extremen Einsturz erlebt, dann ist natürlich auch irgendwo der Fokus erstmal ein anderer. Beziehungsweise, ich kenne das ja von früher, dann lag bei mir das Wallet auch erstmal irgendwie fünf, sechs Wochen in der Ecke. Und ich wollte erstmal gar nichts von Krypto hören. Aber das bringt natürlich auch nichts. Nur, was ich auch nochmal dazu sagen will, bitte jetzt nicht kommentieren, welchen Coin kaufen. Soll ich das kaufen? Soll ich jenes kaufen? Ähm, ich sage es hier nochmal, ich bin kein Finanzberater oder sonstiges. Gebe euch hier einfach gerne Output. Das könnt ihr euch sehr, sehr gerne natürlich dann auch nochmal, oder ist sogar gewollt, dass ihr das einfach alles auch nochmal prüft. Dann einfach selbst zu entscheiden, weil ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich investiere natürlich auf viel höhere Summen. Das heißt, es wäre jetzt nicht unbedingt angebracht, genau das nachzumachen, was ich mache. Weil ich habe das auch, meine ich, letzte Woche im Video auch schon gesagt. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit 50.000 Euro in einen Coin gehe, so dann bin ich da rein mit so viel Geld, weil ich mir da zum Beispiel mal zwei, mal drei, mal fünf oder sonstiges halt einfach in naher Zukunft vorstellen kann. Was meine ich jetzt mit naher Zukunft? Also für mich ist naher Zukunft, wir reden jetzt da von einem Zeitraum zwischen einem Monat und drei bis vier Monaten. Und dann ist das halt ein sehr, sehr hoher Betrag. Wenn man das jetzt aber mit 100 Euro macht, dann ist natürlich nicht der Betrag so, dass man sagen kann, boah krass, was mache ich jetzt? Oder soll ich mir doch die Villa auf Hawaii kaufen? Also das sind halt solche Sachen. Da muss man einfach immer realistisch mit dem Budget, was man zur Verfügung hat, einfach kalkulieren und sich so dann dementsprechend ein Portfolio einfach aufbauen. Das soll jetzt nicht heißen, die Coins, wo ich dann vorschlage, die sind dann alle für mich nichts, weil du ja mit mehr Geld investierst, sondern schaut euch wirklich ganz genau an, was ihr investiert und wo es Sinn macht. Und rechnet euch vielleicht doch hoch, was war schon mal das ATH, also das All-Time-High. Wie siehst du es in Zukunft? Schaut euch wirklich genau alles an und ja, in diesem Sinne, haltet die Ohren steif. Bis morgen. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020